Ok, deine Mutter bei mir klingelt gerade immer wieder in verbleibende Kinder und wollen süßen. Das ist krass, bei mir kommt keiner. Ich weiß auch warum, keiner traut sich in die gefährliche Straße von Deutschland. Gefährlichste Straße Deutschlands. Traut sich einfach keiner rein. Selbst ich nicht. Du wirst heute auch aufgeholt werden. So, pass auf, hier haben wir noch eine Dämonentruhe. Mann ey, scheiße, ich bräuchte immer ein bisschen Leben. Hast du verkackt? Oh nein, der hat schon wieder Angst. Oh geil, was ist das für ein fettes Schwert? Oh, wieder schnell, schnell, schnell zum Aufstieg. Was zum Trinken. Alter, ich wollte doch gar nicht trinken, Mann, ihr dummen Schweine, ey. Nein, nein, nein. Ja, das ist doch so... Ich hab wieder Schaden bekommen hab, durch was denn? Was für ein Schwert? 23 Damage, muss ich mal gleich wollen. Gleich mal vorbeirutschen, so. Bleib doch stehen dabei. Alter Fall. Oh nein, was das denn? Wieso kommt hier so ein Vieh schon? Scheiße, fünf Leben, du hast noch. Oh, 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 oh. Was war gern? Ach, stimmt ja, da ist ja noch sowas. Ist das überhaupt ein Health-Schrank? Was? Wie Plentish Potion? Weiß nicht, was das ist. Egal, trinke ich. Ja. Ja, ein bisschen Leben hab ich bekommen. Jetzt rein. Sehr schön. Anstrengend, so man wird's die ganze Zeit auftraten, ne? Ja. Vor allem, ich brauche uns das jetzt. Ja, ich kann grad nicht in den Chat gucken. Es tut mir leid, Leute. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass ich nicht vergesse, dass ich streame. Weil es ist ja irgendwie ein ganz anderes Gefühl, wenn jetzt noch jemand hier daneben sitzt. Dann ist es ja irgendwie wie, als ob man jetzt einfach chillig so abends so, ne? Tenshi, bei Subbinding of Isaac gibt's einen Beschreibungsmod. Dann steht links, ja. Kannst du mir den gerne mal raussuchen. Ich hab nämlich nicht gefunden. Jetzt setzen wir noch socken auf, dann können wir keinen den Fallen auslösen. Also du setzt socken auf. Ja, dann sind sie aufgesetzt auf dem Kopf. Seh ich nicht. Hä, hab ich auch irgendwie einen Curse oder was? Da kommt doch auch so nachgeflogen. Ja, ich hab irgendwie was, guck mal, alles rot. Scheiße, ich hab bloß noch zwei Leben. Das hast du erkannt, ja? Ja, natürlich, das sieht man doch. Was ist das? Alter! Scheiße! Fuck! Ich würd mich eigentlich hier in die Mitte setzen, so. Kommt doch ran, wenn ihr was wollt, ey. Was hat der Monat? Wie so hab ich den nicht getroffen? Ja, hat der Schild. Ist echt... Was? Das kam schon wieder aus Runder. So. Ich muss jetzt erstmal meinen Dämonen wieder aufbauen. Damit ich noch ein Extra-Leben kriege. Ach, das ist die... Das... Nee, was ist denn? Das kommt denn aber runter? Von oben. Und was, wenn einer, äh, macht wurde, Kaya, ne? Was ist das, was entmacht wurde? Wie gesagt, Leute, also das Film zieht bei mir, äh... Oh, Quatsch, ist ein Kf, komm mal, ne? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was redest du da? Für geile Sachen, ne? Oh, ist geil, ne? Hier wäre ich überall verreckt. Hier am Feuer wäre ich verreckt, beim Fliegen wäre ich verreckt. Hier sind natürlich keine Gegner, ja? Hier wäre es so praktisch, jetzt mal Gegner zu haben. Um mal die Vorteile richtig ausnutzen zu können, aber nicht. Ich glaube, ich habe irgendwas von uns aufgehoben, wahrscheinlich. Dass jetzt irgendwie immer so ein Ding von oben runterkommt. Ja, König Midas, kein Essen zum Heilen. Scheiße, Mann. Dafür einen Haufen Geld. Money Make-up. So, Leute, glaubt ihr, ich kann das schaffen? Go. Wiesig. Wenn die nicht immer werfen würde. Mir fehlt auch immer die passende Beschreibung. Fimp Daddy. Die mit dem Arm sperrt. Was? Daddy also, okay. Verstehe. Fimp Daddy mit dem Wälder sind dann zähl. Boah, Leute, ist das doch geschafft da, ey. Ich habe zu wenig Leben. Ah, scheiße, ich habe vergessen, in jedem Raum das zu saufen hier. Fuck. Die füllst du nämlich immer wieder auf. Die Flasche. Das ist eigentlich ziemlich geil. Vielleicht hier nochmal? Nee, nicht mehr. Aber ich habe ein extra Leben jetzt wieder. Hä, wieso steht da von Ei? Eins? Vor uns dann noch in zwei Leben. Oder muss ich alle drei Dämonen haben dafür? Scheiß, glaube ich muss alle drei Dämonen haben. Tenji voll der Cheater. Keiner Meinung nach. Da, 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 da. Alter, guck mal, wie weit wir schon sind. Wir haben den Dungeon sogar geschafft. Nice, Mann. Ich habe das noch nie durchgespielt, ne? Noch nie auf normal durchgespielt. Nur auf easy. Super. Oh, hier ist eine falsche Taste gedrückt, aber die war auch wichtig. Falsche Taste gedrückt, aber die war auch wichtig. Ja, ja, ich habe auch sie sehen getrunken, aber es ist ja okay. Merkst du, wie manchmal auch die FPS einbrechen? Wer kennt das Lied? Major Tom. Kaya, machst du nur Verlosen? Du brauchst zwei volle Dämonen nach zwei volle. Okay. Danke. Danke, danke, dass du das mir erzählst. Oh, nein. Jetzt kommt Iron Maiden. Iron Maiden. Iron Maiden. Iron Maiden. Iron Maiden? Das ist ja auch eine Band. Ja, ja. Guck mal, wie die Band aussieht. Geil, ne? Alter, was ist denn so ein geiles Ding da? Wann, wovon ich werde ich denn immer getroffen? Ich werde trotzdem von irgendwas immer erwischt noch. Obwohl ich reinspringe, wie ich sonst auch immer bin. Die haben die Richter geholfen. Also verdient. Äh, achso, da könnte ich mal ein bisschen draufhauen. Sieht ja richtig. Ach, Kopf abgehackt. Ich hatte aber schlechte Kiebel, so gut. So. Sämtlich, sollst du auch Splatoon? Ne, ich habe kein Splatoon. Small Health Potion. Erstmal soll ich das. Dann soll ich das. Hau weg, die Heile. Und dann, äh... Äh, was haben wir denn da? Anoras Exotic Beam. Book of Magic Spell. Oh, geil. Noch stärkstes Magic Spell. Was ist das denn für ein Auge? Habe ich auch noch nie gesehen. Für mehr Schuss Beam auf Ende. Oh, geil. Nein, es geht wieder nicht. Der nimmt... Der hat ja seine scheiß Dämonen. Äh, Weapons. Slow. Schutz Fan of Fireballs and Kill. Alter Falter. Oh, yeah. Das wird richtig nice. Ich brauche noch mehr Dämonen. Äh, okay. Ich werde für 10 Minuten vorm Chat gebannt, weil ich es zu schnell geschrieben habe. Was? Sicher, dass es da deswegen lag, dass du zu schnell geschrieben hast? Wäre schön, wenn die einfach nur Feuer-Damage machen würden. Was? Das macht Schaden? Ich bin doch immun gegen Feuer. Vielleicht jetzt nicht mehr. Ja, doch. Ich bin doch... Das ist ja von den, äh... Randschuhen, die mich jetzt im Rennen bringen. Alter, ich bin doch so... Ich bin da sogar ausgewichen. Ausgerollt. No. Die wollen mich verarschen. Ach, warte mal. Machen die überhaupt Schaden? 44... Nebel hatte ich gerade. Weil ich glaube, eigentlich hätte ich mehr Nebel vergeben. Vielleicht trifft mich das zwar, aber macht keinen Schaden. Oder nur der Aufdruck... Äh, nur das, ähm... Das Treffen macht Schaden. Ja, nur das Treffen macht vielleicht Schaden. Ich weiß es nicht. Ja, wir sind jetzt schlagen. Was ist das ja eigentlich? Eine Duplizierung war das, ne? Ja. Geil. Saufen. Lalalala. So, das Zyklopenauge. Hm, da mach ich... Ne, das war nicht gut. Da kommt so ein Laser raus, ne? Ich lese das. Ich lese das. Kannst du lese, kannst du? Beziehungsweise für 10 Euro mehr kriegst du sogar optisch mit Rauchzeichen. Was? Es tut mir leid, dass ich da nicht so richtig drauf achten kann. Was, 16K mit Handkurbe und Trommelverbindung? Achso, ich verstehe. Und mit 10 Euro mehr kriegst du mit Rauchzeichen. Ich verstehe. So, hier gibt es noch ein paar Gagners. Gagners? Gagners. Guck mal. Toll, was hat der jetzt ingescheißen unter mir? Gibt ja sehr viel Sinn. So, guck mal, das ist so wie bei Destiny. Nee, naja, also gut. Ja, die grafisch, das passt doch schon. Alter, die schießen mit Heli. Äh, die haben auch ein Halloween-Update. Ich krieg's ja nicht. Ich komm nicht mehr klar mit meinem Leben, ey. Alle haben sie Halloween-Update. Die Amis, die stehen da richtig drauf, ne? Ja, ja. Bei denen ist das ja ein ganz großes Ding. Ja, das ist wie Weihnachten und Silvester eigentlich. Das ist eine richtig große Sache eigentlich. Alter, hier alles explodiert. Oh, das war jetzt so geil, mein. Ich hab voll den Geigen Schar, würde ich mal sagen. Und ich hab schon zwei Dämonen. Das ist gut. Das ist alles zerlegen, oder? Was ist los? Brennst du? Brennst du? Was ist das für eine Kolbe? Nice. Ähm, die Amis feiern ja alles ganz gut. Ja, jetzt geht's ab jetzt. Ah, geht's ab. Ja. Kann was gut ist und was schlechtes drin sein. Oh, König Midas schlägt wieder zu. Aus Brot wird Geld. Geld kann ich jetzt gut gebrauchen. So, dann, Leute. Wünscht mir Glück. Tenji ist ein richtiger Lagerfeuer. Jetzt hab ich Hunger aufs... Was? Magi... Ich hab auch gehör. Ich muss langsam was essen. So, Leute. Wünscht mir Glück. Was Gutes. Was Gutes. Was Schlechtes. Danke, Mann. Und? Aha. Leder. Mit Kiste. Normale Kiste. Ne, eine goldene Kiste. Ein Hütchen. Burns the ground around you immune to fire. Immune to fire bin ich ja schon. Aber der ganze Boden ist ja in Flammen gesetzt. Cool, guck mal. Ist schon irgendwie geil. Aber hier... Ne, das Freezing kam ja eh kaum, ne. Aber Immunität to cold, ne. Das nehm ich mit. Weil später gibt's so Eis-Zauberer. Jetzt bin ich... Ich bin ja eh schon gegen Feuer immun. So, das Hühnchen kann ich nicht nehmen, weil das ein Pet ist. Das legt ab und zu mein Ei. Also, wenn ich getroffen werde, legt das irgendwo ein Ei. Was ich nicht essen könnte, weil ich dich als König Midas-Kacke habe. Ah, und wie das so dreckige Mölles sind. Was ist das? Scroll of Transmultification? Oh, das ist geil. Warte, ich mach das so. Ich dupliziere. Ich hab ne Rolle, kann ich duplizieren? Ja, wäre wäre. Dann dupliziere ich dieses Call, dann nehm ich die mit. Weil die, mit der kann ich mich trans-multifizieren. Transmultifizieren. Aber ich glaub, bin mir nicht sicher, ob das jetzt alles trans-multifiziert. Keine Ahnung, wie wir's nennen's. Oh, er ist ein Sack rausgekommen. Gibt's wie Piece of Golden Avenue Room. Oh, das nehm ich. Den Sack nehm ich mit. Ja, was soll man trinken? Was haben wir hier? Ne Rüstung. Blocks all enemy missiles. Missile, missile, missile. Warte mal, das, was ich momentan habe, ist gegen Explosion. Also. Oh, Levitation. Gibt's hier Levitation? Ich brauch nichts von dem ganzen Scheiß. Hab ich alles schon? Oh. Kacke, Mann. Geil. Bist schon viel zu overpowered. Ich bin richtig geil, äh, richtig geil bestückt. Äh, was hab ich denn für Damage? 24 Weapon Damage. Ich wollt mehr leben. Mehr leben wär nicht schlecht. Ja, vielleicht sollte ich mal wieder was trinken. Ich vergesse mal das Zeug zu saufen. Tenchi, du vergisst ständig deinen Trank. Ja. Geil, dank. Ja, geil. Saufen, 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 damit ich's nicht mehr vergesse. Oh, die können auch fliegen. Guck mal, der macht Eis? Ach, shit, der hat wirklich vermutlich gemütlich gesagt. Aber manche mehr, Mann. Da verschwinden sie einfach. Sag mal, es gibt doch gar nicht. Der macht Feuer. Der andere macht Eis. Natürlich. Zusammen sind sie feils. Was? Feils? Okay. Tenchi, du wirst du in Trank? Der hat euch vorhin schon gelesen. Nein, der weiß es, ob er es will. Scheiße, ich wollte wieder getroffen. Aber wir können ja gleich wieder den Trank saufen. Pass auf. Oh, jetzt. Sauf, sauf, sauf. Alter. Oh, ich wollte gerade sagen, enger Raum. Wenn ich blieb, du hast keine hängen. Was willst du tun? Was willst du tun? Ja, rennen einfach. Demon Crow's to all my life. Jetzt hast du wieder deine, fast deine Treib. Okay. Okay, cool. Alter, wie einfach alles explodiert. Ich mache gar nichts. Oh, es ist so schön, Leute. So schön. Fast im Durchlauf. Ja. So, Fliegen ist geil. Fliegen ist geil. Ja, diese eine scheiß Münze da, weißt du, die ist mir so egal. Du bist so cool, du bist so cool. Ja. Ich bin so reich, halt. Ich bin voll der Reiche. YouTube-Manil löst, Leute. Löst Probleme. Gute Idee, ich hole mich schon mit dem Eis. Was? Ich weiß, was gute Spiele... Ja, ich bin der YOLO-King. Ich weiß, was gute Spiele sind. Wieso gibt es hier keine Abgründe, Mann? Das ist so unfair von dem Spiel. Mehr Abgründe. Oh, explodiert. Uho. Da will man nicht drin stehen. Weil vergiftet ist kacke. Ja. Weil das ist richtig scheiße. Das hat mir auch schon mal einen Sieg gekostet. Vergiftet zu sein? Ja, weil du kannst dagegen nichts machen. Du musst dann einen Trank finden. Äh, apropos Trank. Du musst einen Trank finden, der dich dann heilt. Weißt du genau den für die Krache, ja? Ja, einfach nur einen Heiltrank. Es gibt nicht so viele Tränke, die dich heilen. Das ist kacke. Und so lange bist du halt vergiftet. Aber ich glaube, das löst doch irgendwann heute auch auf. Ass-Potion. Komm, ich trinke mal extra für dich. Ah. Hier, kannst du einen geilen Arsch ankommen. Was? Okay, jetzt bin ich ein Esel geworden. Wow. Fast das Gleiche. Ich habe nur 57 Leben. Irgendwo ist mir Leben nachher gekommen. Ich glaube, ich hatte mal 60. So, mein Leckton-Potion habe ich. Ich bin voll. Dann geht's jetzt weiter. Ach, du Highlight. Hier ist ganz schön eng. Aber es ist kein Problem. Stirb. Oh, shit, shit. Hab ich zu spät gesehen. Hallo. Hallo. War hier, hast du gesehen? Der Kick war nicht. Nee, also mit dem jetzt. Ich habe echt richtig Glück. Ich habe echt viel Glück. Aber es gibt andere Charaktere. Da hast du jetzt nicht so Dämonen, die Feuer schießen oder die dir Leben geben. Das ist ja das Wichtigste mit. Die musste man sich aber erst mal freischalten. Das hat eine Weile gedauert. Und mit den normalen Typen war echt schwer. Stimmt's, Leute? Wer von euch guckt das letzte Bild davon? Schreibt's in die Kommentare. So, explodiert einfach mal alles. Da bequäle ich mich doch nicht, meinen Hammer zu schwingen oder meine Axt. Oh, wieder durch. Geil. Ey, so weit war ich echt noch nie. Nicht auf normal. Das durchkommenfähiger ist das Spiel. Das Ziel ist, das Ziel zu erreichen. Was fragen Leute eigentlich immer bei dem Spiel, bei Beining of Isaac auch, was ist das Spiel des Spiels? Durchkommen. Einfach durchkommen durch das Spiel. So wie in jedem Spiel. Eigentlich ist es eine dumme Frage. Aber, Feger, weil du heute Geburtstag hast, lass ich das mal durchgehen. Das nächste Mal gibt's einen Bann. Ey, was ist los mit euch? Wollt ihr rein stürmen? Wollt ihr nicht mal ein bisschen? Einer ist schon reingesprungen. Was ist los mit dem? Oh, der schießt auf mich. Ein paar Kirschen essen. Ja, die schmecken lecker. Ich weiß nicht, was das Problem von König Midas war. Der Idiot, der hätte sich bloß Handschuhe ansetzen müssen. Oder. Aber die Handschuhe wären doch keine Luft mehr. Ja, oder. Was noch einfacher gewesen wäre, der ist doch König. Und er hat auch ein Geld. Warum nimmt er sich nicht einfach eine schöne Dienerin, die ihn füttert? So wie das alle Kaiser und sowas machen. Einfach so die Weintraube in den Mund stecken. Kann ja nicht so schwer sein. Die Dienerin. Du musst nur aufpassen, dass es nicht irgendwann zu Gold wird. Aber dann kaufst du eine neue Dienerin. Ey, zu der Zeit war das normal. Mann, ich drücke immer zu früh. Ist denn alles nicht zu Gold geworden, wenn er es in die Hand genommen hat? Ich glaube, das war eigentlich durch die Hand normalerweise. Aber dann hätte er einfach ohne Hände essen können. Weil es hieß ja auch, dass alles zu Gold wird, was ich anfasse. Das war ja sein Wunsch. So, und das hat... Aber dann hätte er nicht mal eine Diener. Was ist das überhaupt für ein Spiel? Das ist Vampage Nights. Drück mal F5 oder was anderes. Gib den Befehl Game 1. So, was haben wir hier? Murky Water Scheiße. Haufen Geld. Aber ich bin so reich. Anschluss würde sagen, reich wie ein. Ich will noch trinken. Anschluss, was solltest du sagen? Reich wie ein. Ah, folgt mir doch, wenn ihr könnt. Oh shit, ich glaube, der kann mir auch. Der kann folgen. Oh. Pass mal auf, du kriegst jetzt mal das hier in die Fresse. Hehe. Hihi. Uhu. Aha. Hui. Au, au, au. Uhu. Achso, ich wollte ja fragen, wer das... Ach, scheiße, ich kann den Chat nicht verfolgen. Ich frage so eine dumme Frage, wie... Wer guckt das Let's Play? Guck aber nicht, wer antwortet. Tut mir echt leid, Leute. Ich werde aber... Äh, die Lea muss nachher was spielen, damit ich schon essen kann. Und dann werde ich das, äh, in den Chat beobachten. Dann geht's los, Leute. Dann heißt es, it's walking time. It's question answered time. Ey, Leute, ich kann das echt schaffen. Ich glaube, ich muss das dann als Let's Play mit hochladen. Das tut mir leid, dann bekommst du nicht auf den YouTube-Kanal. Aber wenn ich das jetzt schaffe, dann ist es... Dann wäre es doof fürs Let's Play. Wenn ich das dann nicht... Weil auf dem Let's Play... Da versuchen wir das schon ewig. Na, ewig vielleicht nicht, aber schon ein paar Runden haben wir schon versucht. Und ich bin gerade sehr zuversichtlich, dass ich das schaffe. Aua. Vielleicht auch nicht. Alter, ich habe ja kaum ein Leben. Wo ist mein Leben denn? Wo habe ich denn das Leben verloren? Durch die ganze Explosion merke ich gar nicht, dass ich getroffen werde. Ja, Midas hat sich gewünscht, dass alles, was er anfasst, zu Gold werden soll. Irgendwann hat er Hunger gekriegt und hat dann gemerkt, wieso der Wunsch uncool war. Ja, wie gesagt, einfach mal ein paar Sklavinnen holen. Oder von mir aus auch Sklaben. Ich weiß nicht, ob das so nicht geht. Aber ich würde mich jetzt ungern unbedingt von einem Mann füttern lassen. Das ist von mir komisch. Ja, was würdest du? Nein. Ich habe gedacht, sie jetzt nicht ist. Okay, ich stehe. So, Leute, wir haben es fast... Das ist so geil, wir sind so gut. Oh, guck mal, der arme kleine Händler ist eingesperrt. Wollen wir ihn befreien? Erstmal trinke ich was, das ist nicht ganz wichtig. Ich habe was saufe. Der macht komische Kreuz. Was läuft mit dir? Ja, wollte ich befreie dich? Oh nein, da kommen die, die dich eingesperrt haben. Wie viele Goblins brauchen? Nein, es gibt noch eins wieder. Einen. Der ist jetzt der Händler. Die schießen. Oh, ich habe es noch mitbekommen. Ich habe es noch mitbekommen. Könnte ich mir ausweichen. Alter, man sieht nichts mehr. Das ist so lustig. Tenshi, du nimmst... Was? Was nimm ich? Tenshi, dein Leben ist in Leipzig. Boris, auf dich bin ich sauer. Okay. Tenshi, du nimmst ein paar Leas. Hä? Was, ich nehme ein paar Leas? Was habe ich gesagt? Lea war das immer, ne? Da dachte ich, würde ich sagen, Lea. Stream, denn was? Lea. Lea. Ich habe mich echt oft angesprochen gefühlt, dass ich die Gäste... Ey, Lea, Mann. Voll leer. Die Dose ist leer. Weil ich nicht so auf und so bin. Sobald er das Essen seinen Mund berührt, wird er es aus Gold. Aber der fässt es ja nicht an. Anfassen es ja mit der Hand. Morgen make Boris, so wie jetzt... Tenshi, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Momentan. Doch nicht. Okay. Was haben wir hier für eine geile Brille? For every coin picked up, you get one extra. Das wird doch super passen zu unserem geilen Midas-Zeug. Das heißt, wir kriegen doppelt Coins. Jetzt sehe ich richtig geil aus. Jetzt ist... Was macht denn das Ding nochmal? Ja, was ist das hier? Double Damage Against Demons. Kill to Demon, we move to curse. Das ist ja auch geil. Oh, sie macht mir Schaden. Das war kleiner, aber... Das heißt, den werde ich den Midas-Curse endlich los. Ich hasse den. So, Mario Omega, please. Ja, mache ich ja noch, ey. Let's ruhig. Ich habe jetzt... Der Abend ist noch lang, wenn ich die Uhr sehen würde. Ich freue mich, dass es bestätigt. 19,45. So. Alter, wir sind so ein guter Run, ey. Weil wir gucken mal, wie viel Geld ich kriege. Das ist sattartig, Mann. So, die hatte ich noch nie. Und wir wetten, wenn ich jetzt hier den Altar mache, bekomme ich Gold Rush. Echt? Das war genau das, was ich gerade sagen wollte. Ich wette, ich bekomme Gold Rush. Ja, jetzt bin ich aber auch gierig da drauf. Jetzt will ich aber auch alles haben hier. Ist ein bisschen schwierig, weil ich gerade ein bisschen langsam bin. Okay, springen! Den Sieg, der will springen. Aber die... Oh, du. Oh, da ist noch Diamant. Da ist auch noch einer. Da ist weg. Alter, ich bin reich. Vielleicht soll ich die Waffe doch noch kaufen, denn da kriegt man immer was extra. So, ob ich kaufe das noch. Da kriegt man nämlich vom Händler noch was extra, wenn man alles leer kauft. Aber es ist wahrscheinlich nur ein Drank oder so. So, außerdem will ich mal wissen, was die vielleicht noch hat. Ah, Brot habe ich bekommen. Danke. Da freut sich viel mich, Midas. Alles Gimmick. Achso, das waren die... Ach, das waren die Bälle. Die waren ja so geil. Die Bälle, die in alle Richtungen geschossen sind. Aber... Ja, das andere macht... Das andere macht Lightning irgendwann. Stand doch da. Damage against Demon. Killing a Demon. Nee, doch nicht. Aber Doppel-Damage against Demons. Das hast du ja gesehen. Wo der Demon war, glaube ich, nur der Kopf. Ich bin mir nicht sicher. Aber egal. Ich bin trotzdem powerful. Wer kennt das Spiel Emergency 4? Ja, ich kenne Emergency 4. Weiß ich nicht. Hab ich noch nie gespielt. Aber ich hab Emergency mal gespielt. War eigentlich ganz cool eigentlich. Hätte man aber mehr rausholen können. Fahrradkette. Ein Löffel... Was stand da? Was mit Löffel? Ein Löffel dauert eben ein bisschen. Was ist los mit dir? Bist du gerade zufällig ein paar Feuerbällchen? Feuerbällchen? Ja, so. Das war ja mit mit Absin. Das musst du noch erkennen lernen. Erkennen lernen. Lernen, was zu erkennen. Ich esse gerade drauf und Gold, ey. Saufen. Und weiterfliegen. Ach, ist das schön, Leute. Normalerweise würde ich überall sterben. So. Komm durch zu mir. Das sieht aus wie... Nee, es ist ja ein Drachen. Das war kein... Das sieht aber sehr benötig aus. Ja. Curse removed. Ich bin... Uah! Oh, scheiße. Ich bin... Wie das mehr. Alter, wie zu drachen. Höh! Oh, Leute. Das sieht richtig gut aus. Guckt mal. Wenn wir jetzt was zu essen finden würden, könnten wir so was essen. Find aber sowas nicht. Mal schnell was trinken. Ja, jetzt ist es ja wieder frisch. Und? Wir müssen auch bald hier durch sein. Ich will gar nicht... Oh, geil. Ah, Vampire. Hua! Wenn ich dich erwische. Was ich nicht getan habe. So, Leute. Es tut mir echt leid, dass ich nicht auf den Chat gucken kann. Aber ihr verzeiht mir das doch bestimmt. Ihr könnt euch doch vorstellen, dass es nicht so einfach ist. Wobei es Leute gibt, die das echt gut können. In diesem Raum wäre Tenji fünfmal gestorben. Ja, mindestens. Ja, stimmt. Bei den ganz dicken Krallen, ne? Bei dem Raum kurz und so. Kannst du... Kuiper wird drei verlosen später. Ich hab das Spiel nicht zum Verlosen. Ihr müsst es so sehen. Ich hab... Ich hab einige Spiele noch am Verlosen rumliegen. Was haben wir hier? Ein Tentakel. Keine Mighty Crab. Das Problem ist bei dem, du kannst dich nur noch vorwärts... Du kannst dich nicht mehr zurückdrehen. Das ist echt scheiße, weil da musst du immer, wenn du dahinter dir ein Gegner ist, musst du erstmal über den Regul springen und dann draufhauen. Aber 50% mehr Damage. Was ist das hier für eine geile Axt? Ne, bringt nicht viel. Have you more packs? Oh, ein Buch. Yeah. Magic Spell. Was ist das hier noch? Ein Gürtel. Regeneration plus drei. Yeah. In jedem Raum kriege ich drei Leben wieder extra 10. Pass auf. Ne, siehst du, das steht hier, das abgebrochen ist. Weil ich immer auf und abzündet habe. Das ist abgebrochen. Hä, hier sind zwei Räume? Hä, zwei Türen? Ah, ne, von unten bin ich gekommen. Esst gleich Ofenkäse. Magst du Ofenkäse? Ne, also ich habe das einmal, wurde mir das angeboten und es hat so ekelhaft gestunken, dass ich es nicht essen konnte. Es ging einfach nicht. Dieser Käse hat so gestunken. Nach was denn? Nach Käse? Nach einfach nur nach verfaultem Zeug. Keine Ahnung, wie Käse stinkt. Es stinkt einfach wie Sau. Und dann nimmst du das in den Mund und vielleicht schmeckt es gar nicht so, aber weil ich den Geruch drin hast, schmeckt das auch so ekelhaft. Oh, wir sind schon im Labor, Leute. Ach, geil, so weit war ich noch nie. Wie ist das geil? Lalalala. Was kommt denn auf? Gleich kommt der Gegner. So, geil, Leute. Wir sind bald durch. Da ist der böse Zauberer, den wir umbringen wollen. Das ist ein Zauberer. Hey, warte mal auf. Ist der Zauberer? Alter, warte mal auf. Warte mal fertig. Hier, friss. Scheiße, er hat mich vergiftet, oder? Nee, er hat mich nicht erwischt. Oh, schwein gehabt, ich dachte. Aua! Boah! Boah! Alter, da mehr Ruhe, Mann! Ja. Höh? Ihh? Höh? Was? Höh? Was? 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 Höh? Was? Höh? Danke. Höhööö, wutsch, wutsch. Who schiesst mir da meine Scheiße hin? Goi! 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 Ich bin eine Comicfigur! Goi! ist auch ein dämonen oder nicht nicht das ein dämonen so was ist los man ich glaube das ist eine andere variante catch me if you can komm her ok Leute wir sind gleich durch wer ist die Frau die Frau oh guck mal hier gibt es einen holy water brauch ich nicht da ist ein Einhorn aber guck mal die Eimer war das letzte mal nicht da als ich hier gespielt hatte Leute das ist auf normal ich spiele auf normal hoffe ich doch das guckt man nachher nochmal nach nicht dass es auf einmal doch Cashflow eingestellt ist Fluggie das ist Miss Loka nein mann Larko Lea oh danke Koku Koku CL fürs Follower ich krieg das kaum mit weil der Sound zu leise ist ja das ist Miss Loko Lea oder einfach nur Lea also was nehmen wir jetzt einmal oder nimm das amazing freshen military Pekasus give it a link komm tu ass ok mein Deppich ist immer noch da ja gut weißt du was geil ist ich hab das mal das lustig ist man kann die Gegner auch angreifen mit dem Schwert das habe ich nochmal vergessen das ist ein geil ne das ist ein Schießspiel das ist wichtig eigentlich kann ich ihn auch so angreifen aber ich glaub dann krieg ich so viel Damage das erste mal das schaffe und dann auch noch live im Stream ich sag eigentlich kann ich auch so hier angreifen das Leben habe ich noch genug um das durchzuziehen ja das soll er einfach ab das sind er oh ich hab Leben bekommen ein paar Lieder gemetzelt komm wieder ja der ist halt so ein Spielmodi das ist so geil da ist er was hab mich gut getroffen aber oh shit am Was 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 achso tausend komm jetzt noch was ich weiß nicht llegó ich bin ich brenne und hab goldene Augen und em goldenen Zylinder und en pegasus victory you didнос you cheated the evil master Leute, hättet ihr das gedacht, dass ich heute ausgerechnet heute den bösen Zauberer besiege? Heute zu Halloween. Ich meine, heute zum Reformationstag, Leute. Denn hier in Leipzig, ja, in Sachsen ist es ein staatlicher Feiertag. Und den hat es toll. So stelle ich mir gerade meine Zuschauer vor. Ah, ist er fertig? Nee, es geht auch mal noch. Da spielt ihr immer noch nicht Mario Mega. Oh, Leute, das war so super. Wir können ja, wollen wir jetzt vielleicht Mario Mega direkt schon anschmeißen. Da muss ich aber ein bisschen umstecken, aber es ist nicht viel. Ja, du darfst nicht vergessen zu essen. Ja, dann kannst du nämlich schon ein bisschen Mario spielen. Ja, ja, ja. Und ich kann essen. Und Zuschauer-Kommentare endlich mal lesen. Ja. Ach, ist das schön. Ich skippe mal. Oh, falsche Tastatur würde ich nicht sagen. Ja, dann sind wir wieder hier. Dann geht es schon wieder von vorne los. Wooo, yay, nice. Aber ich muss kurz gucken. Das muss man natürlich noch anschauen, ob ich was freigeschalten habe hier. Wie ein Boss unlockt. Wie soll ich denn alle Statistiken gewinnen? Rescue a friend via Combat in einem Multiplayer-Game. Hier gibt es noch was. Es gibt verschiedene Sachen, die du freischalten kannst. Und die machen dann mehr Damage. Damage-Rose-Team ist plus 10. Ich werde aber hier hinten mal gucken. Der Netz müsste eigentlich der Hard-Code freigeschalten werden. Wir haben normal, ist das Hard-Code geil. Enemy sit harder and have more health. Gut, Insane schaffe ich dann auch noch irgendwann. Das muss ich auf jeden Fall hochladen. Das muss ich hochladen. Muss ich dann runterladen und neu hochladen. Sieht vielleicht im Stream dann vielleicht nicht so schick aus. Und keine Ahnung, was weiß ich, mit Chat und alles. Aber... Juuuuh. Juuuuh.